Nacht schlafen die Ratten doch. Das hohle Fenster in der vereinsamten Mauer gännte blau-rot, voll frühe Abendsonne. Staubgewölke flimmerte zwischen den stahlgestreckten Schornsteinresten. Die Schuttwüste düste. Er hatte die Augen zu. Mit einmal wurde es noch dunkler. Er merkte, dass jemand gekommen war und nun vor ihm stand, dunkel, leise. Jetzt haben sie mich, dachte er. Aber als er ein bisschen blinzelte, sah er nur zwei ärmlich behuste Beine. Die standen ziemlich krumm vor ihm, dass er zwischen ihnen hindurchsehen konnte. Er riskierte ein kleines Geblinzel an den Hosenbeinen hoch und erkannte einen älteren Mann. Der hatte ein Messer und ein Korb in der Hand und etwas Erde an den Fingerspitzen. »Du schläfst hier wohl, was?«, fragte der Mann und sah von oben auf das Hagestrupp herunter. Jürgen blinzelte zwischen den Beinen des Mannes hindurch in die Sonne und sagte, »Nein, ich schlafe nicht. Ich muss hier aufpassen.« Der Mann nickte. »So, dafür hast du wohl den großen Stock da?« »Ja,« antwortete Jürgen mutig und hielt den Stock fest. »Worauf passt du denn auf?« »Das kann ich nicht sagen.« Er hielt die Hände fest um den Stock. »Wohl auf Geld, was?« Der Mann setzte den Korb ab und wischte das Messer an seinem Hosenboden hin und her. »Nein, auf Geld überhaupt nicht,« sagte Jürgen verächtlich. »Auf etwas ganz anderes.« »Na, was denn?« »Ich kann es nicht sagen. Was anderes eben.« »Nur denn nicht.« »Dann sag ich dir natürlich auch nicht, was ich hier im Korb habe.« Der Mann stieß mit dem Fuß an den Korb und klappte das Messer zu. »Pah! Kann mir denken, was in dem Korb ist,« meinte Jürgen geringschätzig. »Kaninchenfutter.« »Donnerwetter, ja,« sagte der Mann verwundert. »Bist ja ein fixer Kerl.« »Wie alt bist du?« »Nein?« »Oha! Denk mal an.« »Nein also.« »Dann weißt du ja auch, wie viel dreimal neun sind, wie?« »Klar,« sagte Jürgen.« »Und um Zeit zu gewinnen, sagte er noch, das ist ja ganz leicht.« »Und er sah durch die Beine des Mannes hindurch.« »Drei mal neun, nicht?« »Fragte er noch einmal.« »Siebenundzwanzig.« »Das wusste ich gleich.« »Stimmt,« sagte der Mann. »Und genauso viele Kaninchen habe ich.« Jürgen machte einen runden Mund.« »Siebenundzwanzig.« »Du kannst sie sehen.« »Viele sind noch ganz jung. Willst du?« »Ich kann doch nicht. Ich muss aufpassen,« sagte Jürgen unsicher. »Immer zu?« »Immer zu?« fragte der Mann. »Nachts auch?« »Nachts auch. Immer zu. Immer.« Jürgen sah an den krummen Beinen hoch. »Seit Sonnabend schon,« flüsterte er. »Aber gehst du denn gar nicht nach Hause?« »Du musst doch essen.« Jürgen hob einen Stein hoch. Da lag ein halbes Brot und eine Blechschachtel. »Du rauchst?« fragte der Mann. »Hast du denn eine Pfeife?« Jürgen fasste seinen Stock fest an und sagte zaghaft. »Ich drehe. Pfeife mag ich nicht.« »Schade.« Der Mann bückte sich zu seinem Korb. »Die Kaninchen hättest du ruhig mal ansehen können. Vor allem die Jungen.« »Vielleicht hättest du dir eines ausgesucht. Aber du kannst hier ja nicht weg.« »Nein«, sagte Jürgen traurig. »Nein.« »Nein.« Der Mann nahm den Korb hoch und richtete sich auf. »Naja, wenn du hier bleiben musst. Schade.« Und er drehte sich um. »Wenn du mich nicht verrätst«, sagte Jürgen da schnell. »Es ist.« »Wegen den Ratten.« Die krummen Beine kamen einen Schritt zurück. »Wegen den Ratten?« »Ja. Die essen doch von den Toten. Von Menschen. Da leben sie doch von.« »Wer sagt das?« »Unser Lehrer.« »Und du passt nun auf die Ratten auf?« fragte der Mann. »Auf die doch nicht.« Und dann sagte er ganz leise. »Mein Bruder. Der liegt nämlich da unten.« »Da!« »Jürgen zeigte mit dem Stock auf die zusammengesackten Mauern.« »Unser Haus kriegte eine Bombe. Mit einmal war das Licht weg im Keller.« »Und er auch. Wir haben noch gerufen.« »Er war viel kleiner als ich. Er ist vier. Er muss ja noch hier sein. Er ist doch viel kleiner als ich.« Der Mann sah von oben auf das Haargestrüpp. Aber dann sagte er plötzlich. »Ja. Hat euer Lehrer euch denn nicht gesagt, dass die Ratten nachts schlafen? Nein,« flüsterte Jürgen und sah mit einmal ganz müde aus. »Das hat er nicht gesagt.« »Na«, sagte der Mann. »Das ist aber ein Lehrer, wenn er das nicht mal weiß.« »Nachts schlafen die Ratten doch. Nachts kannst du ruhig nach Hause gehen. Nachts schlafen sie immer, wenn es dunkel wird schon.« Jürgen machte mit seinem Stock kleine Kuhlen in den Schutt. »Lauter kleine Betten sind das,« dachte er. »Alles kleine Betten.« Da sagte der Mann und seine krummen Beine waren ganz unruhig dabei. »Weißt du was? Jetzt füttere ich schnell meine Kaninchen. Und wenn es dunkel wird, hol ich dich ab. Vielleicht kann ich eins mitbringen.« »Ein kleines? Oder was meinst du?« Jürgen machte kleine Kuhlen in den Schutt. »Lauter kleine Kaninchen. Weiße? Graue? Weißgraue?« »Ich weiß nicht,« sagte er leise und sah auf die krummen Beine. »Wenn Sie wirklich nachts schlafen?« Der Mann stieg über die Mauerreste hinweg auf die Straße. »Natürlich,« sagte er von da. »Euer Lehrer soll einpacken, wenn er das nicht mal weiß.« Da stand Jürgen auf und fragte, »Wenn ich eins kriegen kann? Ein weißes vielleicht?« »Ich will mal versuchen,« rief der Mann schon im Weggehen. »Aber du musst hier so lange warten. Ich gehe dann mit dir nach Hause, weißt du?« »Ich muss deinem Vater doch sagen, wie so ein Kaninchenstall gebaut wird. Denn das müsst ihr ja wissen.« »Ja,« rief Jürgen, »ich warte.« »Ich muss ja noch aufpassen, bis es dunkel wird. Ich warte bestimmt.« Und er rief, »Wir haben auch noch Bretter zu Hause. Kistenbretter,« rief er. Aber das hörte der Mann schon nicht mehr. Er lief mit seinen krummen Beinen auf die Sonne zu. Die war schon rot vom Abend. Und Jürgen konnte sehen, wie sie durch die Beine hindurch schien. So krumm waren sie. Und der Korb schwenkte aufgeregt hin und her. Kaninchenfutter war drin. Grünes Kaninchenfutter. Das war etwas grau vom Schutt. »Nachts schlafen die Ratten doch.« Von Wolfgang Borchert. »N Untertitelung des ZDF, 2020